Ich verbinde mit Verhandlungen ganz viele Dinge, vor allen Dingen, dass Menschen mit Menschen nach einer Verhandlung im Regelfall noch gut zusammenarbeiten wollen, daher komme ich. Ja, kurzer Teaser, was verbindest du mit Verhandlungen und wieso sollte dir zugehört werden? Ich verbinde mit Verhandlungen ganz viele Dinge, vor allen Dingen, dass Menschen mit Menschen nach einer Verhandlung im Regelfall noch gut zusammenarbeiten wollen, daher komme ich. Ich habe auch von der Historie her am französischen Staatskonzern der Atomkraftwerke Bauten mal richtig kräftig herverhandelt und was die Leute immer vergessen, wenn sie so die großen Ikonen lesen und die tollen Bücher, die es da so alle gibt dazu, danach muss man sich noch in die Augen schauen können. Und ich bin kein Freund von einer Win-Win-Situation-Idee im Großen und Ganzen. Die Idee ist größer, die Idee ist tatsächlich die, dass zum Schluss alle sagen, ich bin happy mit dem, was ich kriege, ich kriege mehr, als ich erwartet habe und zwar auf beiden Seiten. Das ist mehr als Win-Win. Meinst du, du hast damit beide Fragen schon beantwortet? Naja, sagen wir mal so, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes, als Leuten beizubringen, wie man verhandelt und wie man in eine gute Position vorneweg kommt. Und deswegen denke ich schon, dass ich das ausreichend behandelt habe an der Stelle. Das glaube ich auch. Und wie du gerade hier hören konntest, wirkt das ein sehr, sehr spannendes Interview mit Jörg C. Sommer. Oder nee, mit Jörg C. Sommer, oder? Ja, genau. Ich bin ja doch Deutscher. Hört man gar nicht. Wobei es international immer ganz praktisch ist mit dem Nachnamen, muss ich gestern. Okay, super. Das wird auf jeden Fall eine schöne runde Sache. Hier demnächst beim Blick über die Tischgante. Leute, wenn man kann, super. Vielen Dank.